Hallo ihr Lieben, Christian Mischemeyer, Paterapeut und Beziehungscoach und so weiter und so fort, Psychologe und ja, wir haben mal wieder ein schönes Video rund um Dating, Beziehung und Liebe und zwar geht es um, ja, evolutionäre Vorteile, wenn man narzisstisch ist, Borderline-Anteile hat, psychopathische Anteile hat, also die berühmten Cluster B-Anteile und ich gebe ja auch mal ganz gern meine Quellen an, ich verlinke es mal hier drunter, das habe ich tatsächlich gefunden bei dem Klaus Thiele, ich weiß, die anderen machen das immer nicht mit meinen Videos, aber ja, ich finde es einfach guten Stil, hatte ich mal zu viel gesehen und fand ich sehr spannend und zwar geht es in dieser Studie darum, dass man geguckt hat, wenn Menschen so Persönlichkeitsstörungen haben oder Anteile davon und wie wirkt sich das aus, wie viel Nachkommen die erzeugen und im amerikanischen System unterscheidet man da ja oder auch, na gut, also im amerikanischen System unterscheidet man das zwischen Cluster A, Cluster B und Cluster C, Persönlichkeitsstörungen, Cluster B kennt ihr ja alle, das sind Narzissmus, Antisoziale Persönlichkeitsstörungen, Borderline und Histrionie und Cluster A, da redet man ja immer häufig nicht so drüber, muss ich mal gerade gucken, was da alles dazu gehört, kann ich auch nicht so aus dem Kopf, Cluster A sind so die Schizophrenie nahen, also Persönlichkeitsstörungen, Misstrauisch, Sonderbar, Exzentrisch, Affektarmes, Gefühlskalt und Cluster C sind vermeidende Persönlichkeitsstörungen, Dependente Persönlichkeitsstörungen, Zwanghabe Persönlichkeitsstörungen, diese Geschichten, also ängstlich, furchtsam, Anspannung, Besorgnis, Abhängigkeit, Trennungsängste und so weiter. Ja, und in dieser Studie kam jetzt raus, dass, jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich das hier finde, so, dass bei Cluster A, also diese Schizophrenie nahen Geschichten, da wurde kein Unterschied gefunden, aber bei Cluster B Persönlichkeitsstörungen wurde herausgefunden, dass die 39% mehr Nachkommen haben, und das ist echt unglaublich, das ist unglaublich. Und bei Cluster B wurde herausgefunden, wobei jetzt, also jetzt bei Cluster B wurde jetzt nicht geguckt, Cluster B im Vergleich zu Cluster A, sondern Menschen, die hoch waren auf Cluster B, im Vergleich zu Menschen, die niedrig waren auf Cluster B, also die haben 39% mehr Nachkommen und bei Cluster C war es so, dass, welche, die hoch waren auf Cluster C, haben mehr Status erreicht und vermeiden besser Risiken, genau, und das wurde dann so diskutiert in dieser Studie, dass es eben vielleicht nicht nur Störungen sind, sondern auch evolutionäre Vorteile hat. Und natürlich, wenn man jetzt weiß, wie sehr zum Beispiel Cluster B, also vor allem Narzissmus, sagen wir mal, wie hoch der auch teilweise vererbt wird, kann man schon krass finden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist natürlich auch ein Stück der Realität, also Menschen, also wenn du so gar keine narzisstischen Anteile hast, da muss man sich ja schon fragen, was ist mit deiner Selbstliebe, kannst du dich überhaupt durchsetzen im Leben, also wenn man so gar nichts hat und Menschen, die da relativ hoch sind, die mag man vielleicht nicht als Kumpel oder ich weiß, aber die funktionieren häufig als Führungskräfte gut, wenn, also je nach den Zielen des Unternehmens, sage ich mal, oder wofür sie eingesetzt werden, aber wenn es darum geht zum Beispiel, dass jemand keine Probleme hat, auch mal viele Leute rauszuschmeißen, was ja auch manchmal nötig sein kann, muss man ja auch sagen, oder durchzugreifen, sich nicht so mit Empathie rumschlagen muss, ist das vielleicht jemand, der so sehr narzisstisch ist, genau der Richtige so für einen bestimmten Job, aber dass sich das jetzt auch in der Anzahl der Nachkommen zeigt, und in seiner großen Rate, das ist schon ein bisschen Schock, was ich da gleich gedacht habe, ist, was ich ja auch wirklich als ein Riesenproblem sehe, ich kriege immer wieder diese Mails, dass Leute sagen, warum ist dieser Mensch so narzisstisch, warum ist mein Date so und so, warum lügt es, warum macht es dies, warum macht es das, was aber wenig gefragt wird, ist, warum will ich partout diese Menschen immer wieder daten, dann kann ich da auch sagen, ja, meinetwegen sage ich dann eben, ja, ich finde es eben spannend, was diese Person da abzieht, ob jetzt männlich oder weiblich, und ich will die unbedingt daten, und ich nehme halt die ganzen negativen Sachen, dass ich belogen, betrogen werde, unter Umständen nehme ich alles mit, ist mir egal, finde ich halt hot, finde ich geil, finde ich in der Polarität, dann soll man halt dazu stehen, meine Güte, ne, aber wenn wir jetzt sagen, ja, wir wünschen uns mehr Friede, Freude, Eierkuchen auf der Welt, wo ich mich langsam frage, wünschen sich das die Menschen überhaupt, oder wollen sie nicht immer weiter, Drama, Schmerzen, Leidenschaft, ja, dann müsste man vielleicht auch das ein bisschen mehr bevorzugen, sage ich mal, an allen Ebenen, ne, nicht, dass jetzt irgendein Mensch per se besser oder schlechter wäre, aber wir bestimmen natürlich auch alle immer mit, wie sich die Menschheit weiterentwickelt, und wenn wir jetzt auch, also jetzt mal ganz weg von irgendwie, wie viel nachkommt man jetzt solch mit jemand, wenn wir sozusagen immer wieder sagen, ja, ich will aber diese Menschen daten, und ich finde es aber hotter und ich finde es aber cooler und das alles andere ist mir zu langweilig, ja, dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn diese Arten, zwischen Menschen miteinander umzugehen, wenn das nicht weniger wird oder sogar mehr wird, darf man sich nicht wundern, ne, wir kreieren hier unsere Geschichte halt auch sehr stark mit, ne, wie das hier so läuft auf der Erde, und da kann man sich schon manchmal fragen, wollen die Menschen das überhaupt, also wenn man so sieht, was so abläuft in Medien, ich war da auch schon mal positiver, muss ich ehrlich sagen, wollen die Menschen überhaupt ohne dieses Drama und diesen ganzen Kram leben, ich, ich, also so langsam bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man sollte die Schuld nicht immer bei anderen suchen, sondern wirklich auch, wie man sein Leben selber gestaltet. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ich verlinke das dir auch noch mal unten drunter, und klar, ich meine, eine Studie ist jetzt auch, gibt es jetzt auch keine Signifikanzen oder Effektstärken, habe ich jetzt hier nichts von gesehen, ja, sollten wir euch da auch nicht zu hoch aufhängen, aber es ist ein interessantes Faktum auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. ARD Text im Auftrag von IN Market Vielen Dank.